Die Johannesbriefe Die Johannesbriefe sind in der Thematik und im Stil eng mit dem Johannesevangelium verwandt, sodass sie dem Verfasser des Evangeliums oder seinem Umkreis mit Recht zugeschrieben werden. Freilich nennt der längere und thematisch gewichtigere erste Johannesbrief keinen Verfasser und auch keinen Adressaten, während der zweite Johannesbrief von einem alten bzw. Pressbitter an eine nicht namentlich genannte, als außerwählte Herrin bezeichnete Gemeinde gerichtet ist. Der dritte Johannesbrief ist an einen geliebten Gaius geschrieben, empfiehlt die Aufnahme von ausgesandten Wandermissionaren und tadelt einen auf sein Amt eingebildeten führenden Mann in der Gemeinde. Die Johannesbriefe dürften gegen Ende des ersten Jahrhunderts in Kleinasien möglicherweise in Ephesus geschrieben sein. Der erste Johannesbrief meditiert über die Grundwahrheit des Glaubens, dass Gott das Licht und die Liebe ist. Das heißt es schon im ersten Kapitel. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keinerlei Finsternis. Was für Papst Benedikt XVI. die Grundaussage seiner ersten Enzyklika ist, Gott ist Liebe, entstammt diesen Brief. So heißt es im vierten Kapitel. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und weiter. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Das Bekenntnis zur Liebe gründet auf der Botschaft, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Damit wird dieser Brief zugleich zur entscheidenden Auseinandersetzung mit der Heresie der Gnosis, die die frühe Kirche bedrohte. Den Gnostikern ging es um höhere geistige Erkenntnis, die die Materie, die als böse empfunden wird, übersteigt. Darum kann nach Auffassung dieser Gnostiker Gott nicht wahrer Mensch geworden sein. Für die junge Kirche ist aber das Bekenntnis so wichtig, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Die Jünger verkündigen ja, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben. So beginnt schon der erste Johannesbrief. Die Gnosis ist in Gefahr, die Christuswirklichkeit aufzulösen, aber auch, sich über die Gebote hinwegzusetzen und es gegenüber den konkreten Brüdern an der Liebe fehlen zu lassen. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. So heißt es im zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefs. Und im dritten Kapitel steht, wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Die Mahnung, sich vor den Verführern und Irrlehrern zu hüten, verbindet sich in allen Johannesbriefen mit der Bewährung des Glaubens in der Liebe. Durch die gegenseitige Liebe werden wir der Gemeinschaft mit Gott gewiss. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht.